Es ist noch nicht fertig, guck nicht, also guck nicht, ja, hier haben wir einen Baum, ah, hier haben wir den Teufel, Teufel, hier ist der Ticketsee, hier ist der Ticketsee, ich will mal ein Ticket haben, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, ich laufe mal einfach runter, hier ist die Wüste, also die Karte ist definitiv auf dem Kopf, waren wir hier nicht, ich weiß gar nicht, wo waren wir denn, Das übrigens, das Klicken ist immer, wenn ich die Maus drücke, dass er da hinläuft, wo geht es weiter, hier kommt man auch nicht raus, das soll wahrscheinlich Wasser darstellen, was ist das denn hier, Achso, das ist der Start mit den XP's, wo geht es weiter, mein Freund, wo geht es weiter, weiß gar nicht, ob ich so laufen kann, vielleicht, kann ich gedrückt lassen, geht das, ne, das geht nicht, Mein Freund, wo geht es weiter, das ist the question, aha, hier sieht es doch schon mal anders aus, Sehr schön viel bunter, ah, okay Du hast es geschafft, das letzte Level in Abenteuermodus, ich wollte einen größeren Spannungsaufbau, Aber nun bist du hier, also können wir auch einfach anfangen, na gut, oh Gott, der letzte Gegner bin natürlich ich, solltest du verlieren, gehört deine Seele mir, äh, Smiley, alter, alter, ist richtig, Tog dich mal aus, ich habe es geschafft, bereit, achso, ah, 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 das Portal, ich bin mir immer noch nicht so sicher, wer hier gute und böse ist, Ein weiterer Dämon, das war zu erwarten, äh, 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 ä Also hier den Überblick zu behalten, ist grad gar nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. Alter, auf den Boden achten und so, das ist gar nicht so... Äh, ja. Okay, jetzt hat er das gemacht. Nein! Oh Leute, es tut mir leid. Es ist wahrscheinlich nicht so schwer, ich stell mich wahrscheinlich einfach nur dumm an. Nein! Oh, ich konnte nicht schießen, es war leer. Also ich muss da so ein bisschen aufsparen, dass man für alle Eventuitäten hier gefeit ist. Es schlägt sehr wenig auf den Boden. Oh, schieß doch! Oh, zum Glück. Gut gespielt. Du bist ein wahrer Krieger. Nun klicke auf diese Verknüpfung. Lass uns diesen Kern zerstören. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich vertraue denen nicht so hundertprozentig, wenn ich ehrlich bin. Nein! Du wurdest in die Irre geführt. Siehst du nicht, dass das Zerstören dieser Dateien dich davon abhält, Pony Island zu spielen? Äh, ja, ich sehe es. Aber das Zerstören der Dateien ist der einzige Weg, die Handlung voranzutreiben. Wovon sprich... Sei bereit. Wow, wow, wow. Alter, geht schon ab bei denen. Wir löschen das mal. Sicherheitsverstoß haben wir. Alter, was geht hier ab? Okay, okay, ich glaube, der Rechner fährt wieder runter. Bin ich jetzt raus? Ich glaube, wir sind raus. Ist das ein Spielautomat hier? Ach, das ist ein Spielautomat. Okay. Ticketjäger, okay. Ich wollte da nochmal draufklicken, sah so lustig aus. Okay, auf ein neues. Tach, Freund. Mein Name ist Loey und das hier heißt Pony Island. Du spielst als ein wunderschönes Pony. Fröhlockend und über Tore springend. Aber genug geredet. Probiere es aus. Okay. Ey, cool, richtig Farbe. Hier kommen ein paar Tore. Klicke mit der linken Maustaste. Ja, das kennen wir ja schon. Oh, ich kann nicht mehr fliegen. Ah, es sieht schon wie viel fröhlicher aus. Yeah, eine Fahne. Sehr schön. Nice one. Okay. Schmetterlinge. Ah, okay, die können wir wegpusten. Ja, das Spiel hat doch eine ordentliche Gestalt angenommen. Sehr schön. Yeah, und das klappt jetzt auch. Okay, du hast mich nicht mehr erklären lassen. Ich greife voraus. Ist okay. Ist okay. Ich dachte, jetzt gibt es wieder irgendwelche Probleme. Ja, und jetzt haben wir endlich das Spiel Pony Island. So sieht es vollendet aus. Wunderschön. Und der Strahl... Nee, er geht nicht unendlich. Ja, das Spiel sieht schon wesentlich freundlicher aus. Ähm... Du hast gewonnen. Sieht so aus, sei es Zeit für eine... Puzzle-Pause. Ha, was ist das denn? Oh, wie... Da haben wir ein Puzzle. Das Ziel ist es, den... Schmetterling... Okay. Ja gut, das war jetzt nicht so schwer. Schilds sind knifflig. Okay, da sehe ich jetzt aber nicht so das knifflige Problem. Eigentlich sollten wir es jetzt haben. Okay, also das ist Wiederanfang. Okay, das ist auch ein Anfang. Also im Endeffekt kann ich ja nur... Ah ja, stimmt. Du wirst das hier benötigen. Aha. Es ist egal, welche Schmetterlinge wahrscheinlich das Ziel erreichen. Alter, Verwalter. Leute, Leute. Oh, er hat es geschafft. Ich war mir hier gerade nicht sicher. Hm. So, warte mal. Der kann da nicht durch, weil erst muss Geld bedient werden. Hm. Nein, 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 nein. Alter, Verwalter, ich kriege eine Macke. Ja. Ah. Holla. Wow. Du bist wirklich schlau. Naja, gut. Nun lass uns zu unserem Abenteuer zurückkehren. Okay. Oh. Es ist wohl das Beste, wenn du die nicht angreifst. Okay. Das ist ja auch mies. Alter, was... Was haben die sich dabei gedacht, das zu programmieren? Haha. Nein! Naja, das ist die Gewohnung. Gewöhnung. Die Gewohnheit, wollte ich sagen. Nein! Leicht berührt. Ach, die Musik ist aber schön. Da freue ich mich gleich, den DLC-Content mit erworben zu haben. Dun, 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 dun. Ach ja, herrlich. Ich glaube, es ist auch jedes Mal ein bisschen anders. Kann das sein? Man traut sich immer nicht zu drücken. Es könnte ja... Na, Gott sei Dank. Oh, noch ein Level. Ah, das ist ja mies. Das ist ja wirklich mies. Oh, der Mauszeiger hat auch so... Nein! Der hat auch so eine schöne Farbe. Gefällt mir wirklich gut. Ich werde mir mein Windows-Maus-Görser... Ah, auch so zulegen. So, jetzt ein wenig mehr Concentration, bitte. Hä, was war das? Oh, ich habe zu lange gedrückt, glaube ich. Oh, das ist ja zum Mäusemelken, ne? Das Level ist ja echt krass. Nein! Es tut mir leid, Leute. Dieses Let's Play wird sich ein bisschen verzögern. Eigentlich ist das Level ja gar nicht so lang, aber... Gut, wie es dann halt immer so ist. So, jetzt haben wir schon wieder über die Hälfte. Oh, wir haben es gleich geschafft. Bitte. Nein! Das war ein Stock unten. Ah! Ja, langsam wird es anstrengend. Langsam wird es anstrengend und lustlos. Also, jetzt ist... Jetzt muss das Level aber hier sitzen. Nein! Ich habe auf diesen Stock unten nicht geachtet. Ach, was ist denn los? Concentration! 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 Let's Plays mit Geräusche! Flays mit Geräusche! Oh, jetzt kommt bitte. Oh, jetzt komm bitte. Bitte ins Ziel. Lass es das gewesen sein. Ja! Oh! Boah! Okay. Lege deine Stirn gegen den... Warte! Lege deine Stirn gegen den Bildschirm, um deine Seele freizuschalten oder fortfahren. Eine Sekunde. Ich muss mal ganz kurz das Headset beiseite legen. Ja, hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Ach, das ist ja mies. Okay, habe ich irgendwas falsch getan? Ich habe es gerade nicht gelesen. Es ging so schnell. Ich glaube, das Headset sitzt jetzt auch nicht richtig. Nein! Ich habe ihn doch gar nicht getroffen. Ich habe Jesus getötet, stand da, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ging ein bisschen schnell weg. Der Baum ist am Kopf dann übrigens hinten. So, ich mag es, das Ziel zu sehen. Das kann ich schon mal sagen. Boah, das war aber knapp. Oh, ich habe gedacht, ich treffe den oben wieder mit. Bitte ziehe. Ziehe. Der Balken läuft unten rückwärts. Was? Ich glaube, es ist Zeit für eine weitere Puzzle-Pause. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach du Scheiße. Ah, ah. Okay, okay. Das war jetzt aber Zufall. Oh. 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 So, vielleicht. So, vielleicht. Nee, das geht ja auch nicht. Alter, ich kriege hier eine Macke. Ich kriege hier wirklich eine Macke. Oh, das. Oh Gott. Oh, Allah. Oh, Allah, oh, 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 oh. Ähm. Äh. Kriegen wir den alten Modus wieder? Ich mag den neuen bunten Modus. Okay. Na, das macht das Spiel nicht gerade einfacher. So, dann müssen wir uns hier mal ein bisschen konzentrieren. Da ist wieder unser Jesus. Ich mag es, wenn das Ziel nahe kommt. Äh. Ziel. Was ist hier los? Okay. Hör einfach auf. Du hast bereits die spaßigen Level gespielt. Wat? Du hast Leeroy getötet. Okay. So, wir müssen halt mal hochkriegen. Größer als 600. Noch was. Ja doch, dann ist das ja richtig. Hier können wir das ein bisschen hochpullen. Aber wie geht es dann weiter? Also ich lasse ihn jetzt mal hier unendlich machen. Nee, der macht immer wieder Sätze auf. Eins. 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 weiter. Slip. Alter, war weiter. Was geht denn jetzt ab? Jetzt muss ich mal überlegen. Ich muss mal wieder alle daneben machen. Ich muss ein bisschen überlegen, wie ich dieses Level hier lösen kann. Das ist ja... Da kann ich nur nicht klicken, ne? Nee. Es muss größer als 666 sein. Die Zahl des Teufels natürlich. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Also im Endeffekt... Im Endeffekt. Hier darf nichts drauf kommen. Der setzt es auf 1. Also muss hier ja einer rein. Der kann ja unten zerstört werden. Das spielt ja keine Rolle. Und das ist auch nicht schlimm. Der setzt es immer wieder zurück. Alles okay. Kein Problem. Ich weiß es nicht, ob das richtig ist. Ich weiß es nicht. Aber wo geht das? Nee. Und wenn ich den einmal hier nochmal teile... So, er ist gesplittet. Der muss so hin. Muss ich den vielleicht auch splitten? Er setzt es ja wieder auf 1. Wie soll denn das jetzt gehen? Er setzt es hier auf 1. Hier dieser... Oh. Das ist jetzt ein Rätsel hier. Also wenn ich den hier hin tue, der modifiziert ist, der zieht da. Das ist ja noch okay. Irgendwo muss eine Schleife rein. Irgendwo muss die Schleife rein. Wofür ist die Schleife? Das bringt nichts. Und dann muss der da rüber. So, wartet mal. Wartet mal. Der muss kurz da hin. Okay. Dann kann der da hin. Der muss sich splitten. Ja, der ja auch. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Rettet unsere Seelen. Ja, ich muss sagen, an dieser Stelle... Ich muss mal gucken. Komm ich hier... Ja, man kann hier speichern. Ja, an dieser Stelle. Wir haben erst 7 Tickets gefunden. An dieser Stelle mache ich eine Pause. Danke fürs Zusehen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder bei Bonnie Island dabei seid. Ein ziemlich strange Spiel. Und jetzt muss ich auch mal gucken. Zwischendurch hat die Aufnahme ja kurz unterbrochen. Habe ich gesehen. Ich habe leider nicht darauf geachtet, wie lang das der Fall war. Und ich hoffe, dass nur ein ganz kleines Stück fehlt. Ansonsten mal gucken, wie ich das zusammen schissele dann. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Axel und ciao.